Ransomware ist weiterhin auf dem Vormarsch. Bis Ende 2021 wird erwartet, dass alle elf Sekunden ein Angriff erfolgt. Cyberkriminelle pokern sogar noch höher, indem sie zusätzlich zur Verschlüsselung Daten-Exfiltration betreiben. Das bedeutet, sensible Daten werden für öffentliche Hetzkampagnen extrahiert, um Unternehmen zum Zahlen zu zwingen. Laut FBI zahlen Unternehmen jährlich mehr als eine Milliarde US-Dollar an Ransomware-Kriminelle, um ihre Daten zurückzubekommen. Aber warum zahlen die Unternehmen das Lösegeld? Wenn sie doch Backups haben, weil das Wiederherstellen der Daten zu lange dauert. Lange Ausfallzeiten bedeuten Umsatzverlust, Produktionsverzögerungen und Markenschaden. Moderne Ransomware greift Backups an und löscht sie, sodass keine andere Wahl bleibt, als das Lösegeld zu zahlen. Denn wenn erst manuell ermittelt werden muss, welche Daten betroffen sind, kann das Wochen dauern. Mit Rubrik erholen sie sich nach einem Ransomware-Angriff einfacher und schneller. Zuerst helfen wir ihnen bei der Analyse der Auswirkungen. Wir scannen die gesamte Umgebung, um ihre Änderungsaktivitäten im Laufe der Zeit zu erfassen. So müssen sie weniger Zeit aufwenden, um herauszufinden, welche Anwendungen und Dateien betroffen sind. Als letztes Verteidigungsmittel analysieren und erkennen wir sogar ungewöhnliche Aktivitäten in ihren Backups. Alles ohne den Betrieb zu beeinträchtigen. Anschließend beschleunigen wir die Wiederherstellung, indem wir mit nur einem Klick das letztbekannte korrekte Backup wiederherstellen. Alle von Rubrik verwalteten Backup-Daten werden nativ in einem unveränderlichen Format gespeichert. Das bedeutet, die von Rubrik geschützten Daten können von Ransomware nicht verändert oder gefährdet werden. Ganz schön cool, oder? Mehr dazu auf rubrik.com.de